...wäre einer, wenn du Licht abseilen willst, oder so. Ich hab das Seil gehört. Ich seh' ihn. Booyah! Du bist unten? Ja. Das Ding, was im zweiten Stock offen ist. Ich komme! Ich komme! Das sind Sonnies. Guck mal, ob der LKW... Jo, zwei RPGs im LKW. Ich schnapp dir auch einen. Jo. Ja. Ich schnapp dir auch einen, im LKW ist noch ein RPG-7. Sieht der uns, wenn wir jetzt hier... Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Da hinten steht er. Ah, aber keine Muni für den RPG. Ist da kein Schuss drin gewesen? Ne. Hat er noch einen? Du hast noch einen drin, oder nur einen? Aber sie können uns nicht mehr aufhalten. Ah, das war drüber. Oh. 300 ist zu viel. Jetzt fährt er aber genau an die Stelle, wo du hingeschossen hast.